Und dann so, und dann so Und dann so, und dann so Dann habe ich ja das voll Dann fahre ich da außen rum Einmal komplett Jetzt da vielleicht noch eine Da So, neue Linie Ach du Scheiße 5 3 Holy Fuck Okay Okay What a shit So, das haben wir die Sargen Das ist nun hier geteilt Und so bauen wir hier noch kurz Ich hab mein Handy geklärt Aber mein Handy geklärt Und die möchte ich schauen ungern abreißen Weißt du Oh Gelände zu steil Oh Fuck Ich kann das nur hier reinsetzen Da So So, Linie 7 Wie und hier Die Don Über hier So So Jetzt muss ich kurz gucken Das ist hier Okay, ich bin da gestern So 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 Und dann habe ich gesagt, hier entlang, nach da, ne nach da, fuck, ne nach da, habe ich gesagt, und dann gesagt, da hin, 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 und dann wieder zurück. Da hin, und dann da hin, so, das machen wir auch gleich alle eineinhalb Stunden, so, wen tut es um ein Uhr, fünfzehn, so. So, und dann nehmen wir mal raus in die Nacht, nehmen wir mal raus, und dann schauen wir mal, so. Berufsverkehr. Dann machen wir mal 6 Uhr 45, eine harten Stunde. So, der Bayerabendverkehr. Von 16 Uhr halbstimmig. So. Passt gut. Davon kaufe ich mir jetzt 10. Davon fährt er jetzt gleich, ne? Okay, für die Verkehrsdichte. Okay, wir sind ja gar nicht gefahren. So, die 7 fährt los, an der 7 ist noch gar nichts. Oh, da waren zwei Leute. Naja, da sieht man so gar nichts. Okay. Fügen wir das hier mal hinzu, aber wo sitzen wir jetzt den Teiler rein? Okay, naja, da sind wir jetzt mal von den Teiler rein, so. Keine Ahnung. Okay. 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 Das ist der wichtigste Punkt. Ich muss halt gucken, wo ich den Teiler rein mache. Hier oder hier? Hier oder hier? Ich glaub hier. Weil das wieder ne Einbahnstraße, du Arsch noch. Das auch. es ist einfach ernsthaft komplett durchgehende einbahnstraßen also bitte ohne scheiße leute bitte so und das da noch hin dann können wir schön weiter fabrizieren so aber jetzt gesagt wo ich die mitte macht hier das heißt ja dann das ist eine einbahnstraße wie sieht es damit aus so gut nächste linie startet hier geht da geht da hier